Was geht ab? Herzlich willkommen aus der nächsten Stadt und heute aus dem wunderschönen Neuwied. Ich hoffe es ist wunderschön. Wo ist Neuwied? Ich befinde mich hier gerade rechts rheinisch in Rheinland-Pfalz, nördlich von Koblenz, südlich von Bonn und bin in der siebtgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz. Los geht's! So, das hier sind die ersten Impressionen in dieser Stadt. Wir haben hier nur so 60.000 Einwohner ungefähr, aber sind trotzdem bei der siebtgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz. Das sind Maßstäbe, die man sich erstmal vor Augen finden muss. In NRW wäre das zum Beispiel jetzt irgendein Platz 50, Platz 40, Platz 50. Auf jeden Fall hier einige schöne Historismusbauten und die Kirche. Jetzt geht's mal in die Innenstadt, mal gucken. So, Neuwied, nicht nur bekannt durch den großen Zoo oder auch das Flipper-Museum, nein, Neuwied ist auch eine bedeutende Planstadt. Eine der ersten Planstädte übrigens in Rheinland-Pfalz. Wir reden hier vom 17. Jahrhundert. Wie gesagt, im 17. Jahrhundert wurde Neuwied dann zu einer Stadt erhoben, beziehungsweise überhaupt geplant. Nach dem 30-jährigen Krieg und danach am Pfälzischen Erbfolgekrieg wieder zerstört und dann wieder aufgebaut. Und deshalb gibt es hier auch eine Art Schloss. So, da hinten sehen wir schon das Schloss. Ich habe ja gesagt, hier gibt es ein Schloss. Das ist dann so aus dem 18. Jahrhundert. Und da haben wir ein Theater. Und wer sind die Fürsten von Wied? Ich muss mal kurz über die Straße rennen. Wer sind die Fürsten von Wied, wenn ich fragen darf? Es ist ein Adelsgeschlecht, die Fürsten von Wied, die regiert haben bis zur Säkularisation, so im 19. Jahrhundert unter Napoleon und dann zu Nassau wurden. Und hier eine Büste. Von wem war diese Büste da oder dieses Denkmal? Es war von Maximilian von Wied zu Neuwied, einem berühmten Zoologen und Botaniker, der nach dem Vorbild Humboldts lebte. Und hier ist das Bedeutendste, was Neuwied zu bieten hat. Dieses Schloss. Oh, Kanonenkugeln. Ja, die kann man nicht hochheben leider. Aber das Schloss ist leider jetzt im Privatbesitz. Also ich kann nicht reingehen, aber man kann das wenigstens sehen. Es ist auf jeden Fall absolutistisch und barock, so wie es sein soll. Und Neuwied liegt am Rhein. Eine sehr, sehr schöne Lage, muss ich sagen. Und eine sehr schöne Promenade. Eine der schönsten, die ich wirklich je gesehen habe am Rhein. Zumindest ist, okay, fast jede Stadt hat eine schöne Promenade, aber die ist wirklich schon, ich finde sie schon sehr schön. Muss ich sagen. Und hier nochmal das Schloss. Guck mal, was es ist. Es ist schon ein ziemlich prunkvolles, ein ziemlich mächtiges Anwesen in dieser Planstadt in Rheinland-Pfalz. Und genau, die Fürsten von Wied haben dann nachher ihre, sozusagen ihre Souveränität verloren und das Gebiet wurde dann hier Nassau. Weil hier seht ihr es nochmal, die Fürstenfamilie zu Wied. Berühmtheiten sind aus ihr hervorgegangen. So, ich gehe jetzt Richtung Norden und auf der anderen Seite linksrheinisch. Was haben wir denn da? Da hinten haben wir ungefähr so Andernach, bekannt durch den Geysir und gegenüber von Neuwied ist die Stadt Weißenturm. Vielleicht kennt auch der ein oder andere diese Stadt und ich gehe jetzt hier am Rhein lang. So, ich bin jetzt hier. Ich habe gedacht, vielleicht kann man irgendwie noch in so einen, in den Schlosspark gehen oder in den Schlossgarten. Vielleicht ist das hier schon der Schlossgarten. Aber es ist alles abgezäunt auf jeden Fall. Naja, aber dafür könnt ihr mir ja sagen, kann man irgendwie in das Schloss reingehen oder in den Garten. Ansonsten, das hier ist das, wo ich hingehen kann. Zumindest wo ich jetzt hingehe, weil jetzt drehe ich wieder um und gucke mir den Rest an. Aber der Rhein ist sehr, sehr schön hier. Ja, der Rhein. Und zur geografischen Lage vielleicht noch zu sagen, Neuwied liegt am Rande des Westerwalds. In Neuwied mündet der Fluss Wied in den Rhein. Und Neuwied ist auch eine bedeutende Industriestadt nachher gewesen. Und ja, was haben die hier so? Na, zum Beispiel Bims. Eine bedeutende Bimsstadt. Bims, was nachher für die Steine benutzt wird zum Bauen. Und das ist ein Vulkangestein. Das zeigt natürlich, wo ich mich hier befinde, in einem Vulkangebiet. Ja, die Eifel und so ist nicht sehr weit weg. Das hier ist vulkanisches Gebiet, die Ecke. Und da haben wir die Raiffeisenbrücke. Eine der schönsten Brücken auch. Die Brücke ist auch wirklich toll. Und die Promenade ist geil. Und sie ist auch leer. Ja, das ist wirklich cool. Die Raiffeisenbrücke, benannt nach dem Vater der Genossenschaft, Raiffeisen. Warum? Ich habe gesehen, es gibt in Neuwied auch noch ein Denkmal zu ihm. Es ist tatsächlich so, dass Raiffeisen der Bürgermeister der Stadt war. So, jetzt bin ich hier oben. Und ich danke nochmal dem guten Robert Krupps. Weil dieser Bürgermeister, Robert Krupps aus dem 20. Jahrhundert, war einer der Initiatoren, die diese schöne Promenade hier gebaut haben oder geplant haben. Und da bedanke ich mich schon mal bei dir, Robert Krupps. Auf jeden Fall eine tolle Promenade in dieser Stadt. Und was ist noch in Neuwied? Neuwied ist eine exzellante Stadt. Was heißt exzellante Stadt? Das heißt, es ist eine Stadt, die damals frei war vor alle Religionen. Also herrschte sozusagen Religionsfreiheit in dieser City. Und jeder konnte hier sich frei bewegen, egal welche Konfession man angehört und wurde nicht verfolgt. Das ist auch sehr modern, ein sehr modernes Denken gewesen. Und was ihr da hinten seht, das ist ein Pegelturm, der halt den Rheinpegel angibt. Und auch hier muss ich sagen, ich habe ein paar Pegeltürme schon gesehen. Aber das ist wirklich einer der beeindruckendsten, monumentalsten und schönsten Pegeltürme, die ich hier am Rhein gesehen habe. Wenn nicht sogar überhaupt an einem Fluss. Vielleicht war ich auch nur in den falschen Städten, aber generell kenne ich nicht so viele Pegeltürme, die richtig geil sind. Klar, die Pegeluhre in Düsseldorf ist zum Beispiel auch ziemlich nice. Aber das hier hat irgendwie noch so ein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hat irgendwie so einen römischen Wald. So, auch ein tolles Rathaus hier in dieser City. Neuwied. Ja, ein tolles Rathaus. Da muss ich sagen, ich habe schon bessere Rathäuser gesehen. Aber es ist kein schlimmes, kein schlechtes Rathaus, es ist wirklich cool. Und hier ist dann der Marktplatz, nehme ich mal an. Jetzt wird es etwas voller, das ist aber auch klar. Mal sehen, ob es hier dann auch noch so Einkaufsmöglichkeiten gibt. Und die gibt es, nämlich in dieser Straße. Das ist dann wohl hier so eine der Hauptstraßen. Also man kann sagen, in Neuwied gibt es auch nicht nur Kultur, Geschichte, auch eine schöne geografische Lage, sondern es gibt auch Möglichkeiten zum Einkaufen. Und die Infrastruktur ist auch sehr gut. Aber dazu werde ich vielleicht nachher dann nochmals sagen, wenn ich beim Bahnhof bin. Aber hierzu erstmal, ja, alles was man braucht. Es gibt jegliche Art von Geschäften. Die Stadt ist gut besucht. Und das ist die größte Stadt, ne? Ja, das hier ist so dann die Innenstadt. Was soll ich jetzt so sagen? Hier kann man shoppen gehen. Auch hier sind noch coole Gebäude. Man sieht auf jeden Fall, dass es so schon moderner ist. Es war wahrscheinlich doch arg zerstört gewesen, diese City. Gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall, ja, exzellenten Stadt. Dann hier nochmal, das ist auch nochmal so ein zentraler Platz in Neuwied. Könnte ich auch als Marktplatz zählen. Und eine Telefonzelle. London, ich glaube nicht real, aber ein kleiner Mini-ZOB auch. Und jetzt kommt das, was ich im Internet gelesen habe, was hier sein wird, wo ich unbedingt hingehen wollte. Nämlich dieses Denkmal für den Vater der Genossenschaft, Reifeisen. Ihr kennt ihn vielleicht von den Reifeisen-Versicherungen. Guck mal, der Bruder trägt auch eine Maske. Das heißt, auch er hat sich geschützt vor Covid-19. Vater Reifeisen. Hier, der Nestor. Tolle Reliefs. Eine tolle Stadt, wo er einfach hier so gar nicht so wirklich zentral mehr in Neuwied gelegen. Da steht die Genie da. Er war Bürgermeister dieser Stadt. Ja, und da das Röntgenmuseum, nicht nach unserem Röntgen benannt von Lennep Remscheid, der Erfinder der Röntgenstrahlen, sondern nach den Röntgenbrüdern. Die berühmte Ebenisten waren also Möbelbauer, Kunstmöbelbauer. Und hier sind Möbel dementsprechend ausgestellt in diesem Röntgenmuseum. Also nicht verwechselt die Röntgenfamilie, diese mit der von Konrad Röntgen aus Remscheid. So viel dazu. Und da hinten auf diesem Platz steht nochmal der Vater Reifeisen, der tatsächlich hier einfach Bürgermeister war in dieser Stadt. Aber er kommt auch aus dem Westerwald. So, und hier ist der Bahnhof. Der ist auch eine Augenweide. Und zur Infrastruktur wollte ich noch was sagen. Das ist die linksrheinische Strecke. Das heißt, hier fährt der RE8 nach Mönchengladbach oder der RB27 nach Mönchengladbach. Die auch direkt nach Köln fahren, also eine gute Verbindung. Und nach Koblenz. Also die Verbindung ist gut. Es gibt noch irgendeine andere Linie, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Rechtsrheinisch ist natürlich vielleicht der Anschluss etwas besser noch. Aber hier ist er schon gut. Und der Bahnhof ist einfach nur sick. Neuwied ist eine coole Stadt. Das ist mein Fazit. Und merkt euch nur eins noch zu Neuwied. Und was merkt euch nur Wied. Tolerant und lebendig.